ja fang an ja ja weißt du doch erst mal zum synchronisieren auf mich zum schla- also ja das schlagen ist zum synchronisieren moin leute johnny hier will ja johnny hier willkommen zu minecraft mannier das ist das modpack mit 3 zusammen mit diesem hässlichen wichser der einfach nur noch ein Huren zu uns geweckt bitte und zwar mit dem tricks ja geh du doch bei mir zu sagen mit dem Deadbird ich gehe dann mal in die erste Dimension ja weil ich dich geobt hab du und da sind wir wieder ja jetzt bin ich eigentlich in der Welt. Guck mal, hier ist ne fliegende Kuh 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 ja klar aber dann haut die halt ab so wie alle Kuh in Minecraft ich glaub weiter mit dem Sattel können wir die fliegen so erstmal gucken was wir machen wenn du auf dein Questbook gehst öffne Mauer ja hast du das grad ernsthaft gemacht? ich hab keine Ahnung von du redest ich kann mich nicht doch ich ne ich kann mich nicht porten ich glaub du hast grad ein Questbook verloren du hast dich schon geportet du schlägst hier einfach die Luft hä ja jetzt bin ich auch da ja ok ja ich glaub auch ich hab grad ein Questbook verloren you are currently not in a party klick hier der open party window party name wie nennen wir denn unsere Party ich sterbe das Fisch hat mich angegriffen wir nennen uns die anonymen Alkoholiker das können wir gerne machen ich bin jetzt tot ne ah ne ich hab's besiegt oh cool so ich lad dich mal ein wie heißt du nochmal? Tricksning und wie nehm ich denn an? Party window Player Name Tricks Gaming Invite Player ähm du gehst auf dein Quest gehst auf links unten klick hier to star und drückst dann rechts drüben bei Party auf klick hier to open party window und dann sub und accept ok genau so jetzt sind wir in der Party das heißt wenn du ne Quest machst hab ich sie gleichzeitig auch geschafft ah das heißt ich mach dir so quasi noch Vorteile? nein nein ich mach dir Vorteile du musst das so sehen wir machen uns Vorteile so wir kriegen trotzdem beide immer die Belohnung mal gucken Quest ready or not open completed ah cool ich hab irgendwie das Gefühl dass die Kür was gegen mich haben kann das sein dass sie mich nicht folgen ey kann das sein dass mich die Kür verfolgen keine Ahnung ich ich hab mich nicht ich hab mich nicht noch nicht ich hab mich nicht ich hab mich nicht ja guck mal was ist das denn das ist das das ist das ist anscheinend die Musikbox keiner hat sein dass ich kein Sound-up-Moment ne es ist kein Sound-up-Moment ne es ist kein Sound-up-Moment weil man kann die das irgendwie nicht reinpacken aber naja egal was sollen wir denn als erstes machen wir sagen wir können deine Reise Indus Skyro Schwerd Spitzhacke, Schnaufel und Axtkraft ist dafür kriegen wir eine Musikliste alles klar ich würde sagen wenn du es nichts an kannst du kannst du einfach mal machen wow was ist das was ist das was ist das was ist eine Wolke ok und warum greife ich das an was soll weg gehen keine Ahnung warum greifst du die Wolke an klatsch die doch einfach einfach volle Kanne drauf haben was macht die denn mit mir ich soll mich in Ruhe lassen ja ok warte du hast ein Crafting Table gemacht hier ich hab noch einen zweiten irgendwie hast du es nicht so drauf habe ich das Gefühl ne vor allem das oh fuck jetzt ist es hinter mir verpiss dich guck mal das der Grab schon setzt halt einfach noch ein Crafting Table auf ein Crafting Table oben drauf ist in Ordnung ja du hast ein Crafting Table gemacht und ich hab halt auch einen gemacht hä kann man keine Holzrüstung kraften ist ein extrovertisches ich dachte man kann so eine Holzrüstung machen was ist das denn für ein Scheiß jetzt ist die schon wieder eine Wolke ähm ich hab meine Schaufel geklaut aber was schon redest du jetzt kannst du behalten ich dir ja das ist ja gar kein normales Holz Leute hier ist ein Wort drin ich kann dich heiraten hier ist der Wortreform an wo man Leute heiraten kann und so ach scheiße wir brauchen einen Ring dazu geil musst dich auf jeden Fall noch erraten muss halt da gehts ins Prinzip Flame Reward guck mal ich hab schon wieder ein ungültiges Item gekriegt irgendwie auf jeden Fall supermechanics hier schön das du mir immer als Mentar wirfst ne Bünde und meine Grosium mach da draus wackeln alles klar würde sagen dann machen wir uns mal ganz viele Spitzhacken mit ganz viele Spitzhacken meine ich ganz viele Spitzhacken ich farm in der Zeit ein bisschen Essen für uns alles klar das klingt auf jeden Fall schon mal gut ich hab mir grad wie einundzwanzig Spitzhacken äh Spitzhacken gecraftet einfach weil ichs kann dann kannst du ein paar abgehen dann geb ich dir ein bisschen Fleisch ab eine Spitzhacken aber ich hab direkt Ambrose umgefunden cool ist uh davon kriegt man ganz schön viel XP was brauchen wir denn wir brauchen doch das Rosen irgendwas oder? oh fuck ich hab hier irgendwie grad ein bisschen in die Hülle rein gemeint und alles unter Wasser gesetzt ich würde sagen ähm läuft richtig die Karte bei mir und mit läuft richtig die Karte meine ich fuck warum was ist denn hier unten hier ist Sanit ist das gut brauchen wir das? sicherlich Spitzhacken aber ich bezweifle dass wir das mit den fertigen Spitzhacken ja können wir auch nicht wir können aber Steinspitzhacken Steinspitzhacken machen ja das können wir wofür haben wir uns jetzt eigentlich 88 Holzspitzhacken gemacht wenn wir uns gleich Steinspitzhacken machen können also müssen wir nachfragen jetzt meinst du grad meine Logik? nein ich wüsste jetzt nicht was du meinst also hab ich nicht dran gedacht hätten wir natürlich machen können aber das wär ja zu einfach das könnte ja jeder ja klar hier sind die in ganz großen Klammern ich hab hier auch Sanit wieder gefunden was hab ich gefunden? ich hab irgendwas gefunden ich hab Gravit Gravitidohr gefunden ok aber ich hab kein Steinspitzhacken können wir wahrscheinlich auch noch nicht abholen schätze ich finden wir sowieso noch nicht ab dann brauchen wir womögliche Sprecher aber hier ist auch glaub ich gar kein Stein und da kann ich aus diesem Holy Stone auch ich hab ja ja ne wir sind Gipfel wir sind Gipfel wir wollen ach scheiße ich bin fast tot Hilfe Krex hilf mir doch bist'n du nimm Loch im Boden ja das ist ja sehr äh vielsagend ich hab neun ich hab neun Leder wir brauchen Spring ui ach verdammt ich wollte dich eigentlich nicht schon wieder fragen mich zu heiraten naja das geht die ganze Zeit ja ja das ist so ein das ist ein Golden Oak Boot Baum was ist das denn? Kann man da eine geile Rüstung ausmachen oder was? keine Ahnung musst du ausprobieren nö da kommt ganz normales Holz raus ich hab irgendwie schon ne weil ich geh da jetzt nicht hin ich will nicht wieder stellen ja klar geh hin mach rechtsklick drauf und dann kann ich das Fisch heiraten was? dann kann ich das Fischwasser ist heiraten oder wie? ja klar wenn du die Bosse heiraten musst hast du noch irgendeine Ahnung wo wir eigentlich herkommen? äh so zu dir irgendwo da wo zum Glück hab ich außen Hilfe Tricks hilf mir ich bin aufm Weg hier ist wieder so ein Ding das ich vergiss mich ja wo denn? ich hab 64 Raw Beef gekriegt ne ich hab ich hab 86 Raw Beef ähm äh fuck hi das will ja nix sagen ne aber ich will ja auch nix sagen aber benutze jetzt ja nicht mehr hinwein ey du kommst ja hier gar nicht wie hast du das gemacht? nein ich bin tot ich hatte das ganze Leder da unten ist sogar noch ein Grabstein da hinten ist auch noch einer von dir äh jetzt hab ich keinen Questbook mehr Leute wir machen jetzt eine Regel die Regel ist wenn wir sterben dürfen wir uns ein neues Questbook schieben ja sonst könnte das ganze ja werden mach doch mal ne Kiste mit ganz mach doch mal ne Kiste wo du ein paar reintust das wird auch vielleicht du hast es irgendwie jetzt eingesammelt ich hab dir hier auch schon wieder ein neues gesagt hier wunderbar hier kriegst du noch ein paar unnötige Items als Ausgleich ja ich muss dafür irgendwas killen ich kann mir die gar nicht holen wie ich muss du kriegst doch ein Ei oder? ne ne ich bekomm das noch nicht ich muss mir das noch holen find some AE Shop Plans and kill it nein das andere das mit dem Inkubator du weißt drübe da kriegst du das Ei ach so ah ah nein Wolke yeah Wolke die Bücher facken echt ab ja kann ich dir nutzen so und wenn ich das jetzt hier reinpacke dann bekomme ich ein moa heißen die richtig cool was kann das keine Ahnung ich kann mal später drauf reiten das wäre ganz geil muss ich sagen ich habe hier eher gerade Schwierigkeiten Ambrosium zu finden ich glaube dein Fisch mag mich nicht nicht warum nur so es lebt noch keine Angst es lebt noch greift es sich an nein nein oh fuck in der pinken Gruß sank lass mein Fisch in Ruhe ist übrigens lila oder aber ja es ist das gleiche muss hier ich hab dir ein Geschenk mitgebracht vom reißen warte 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 ich will grad nicht warte geh weg ich will ne scheiße nicht ich will meinen Moa was denn hat der extra mitgebracht was müssen wir denn farben um das zu füttern das hat ja jetzt Hunger das sind diese Eko-Plants glaube ich ich wollte eigentlich grad nen irgendwie 10 Altar machen ne ne da ist schon gezogen ah da kommt ne Wolke ich hab sie schon down ich bin gut es läuft ah ich glaube ich hab's jetzt verstanden mit den grünen Quests ich hab auf jeden Fall nen Altar fertig aber da brauchen wir mehr Amphose dafür eins hab ich noch aber ja irgendwie nicht genug was müssen wir eigentlich als nächstes machen wir müssen ein Ae-Shore Ae-Shore Feins haben Ae-Ko-Planting guter ist ok lass mal losziehen komm mal lieber mit ich hab nicht keinen zu sterben tschüss bis dann wie heißen wie weißt du wie die außen die Dinger äh nö ja dann ist ja gut aber steht da ist es irgendeine Pflanze ich mein kann ja nicht so schwer zu finden sein da hinten ist das jetzt auch schon eine Pflanze da geh ich mal hin ich rette dich keine Ahnung meine Koordinaten sind Hilfe ja geh drück doch einfach 3 ach du Scheiße ich hab mich in Stein eingebaut ach fuck hier ist ne Wolke mein Schwert ist kaputt gegangen und ich kann die Wolke nicht klatschen Moment müssen wir mal eben nein hier ist auch ne Wolke nein grab dich wieder ein bitte nicht sterben nein ich werd sterben nein wirst du nicht wo bist du denn ich bin so tot ich hab noch ein Herz ich brauch ich muss wissen wo du bist ich seh dich nicht grab dich ein ich hab die Wolke getötet alles gut alles gut noch leben drück mal F3 und dann sag mal die Koordinaten erstmal muss ich diese Wolke hier abfahren weil die haben mich was getötet ich bin auf dem Berg oben 433 366 ähm was zu hell ist auf 366 bist du grad geflogen du musst jetzt gar nicht so unschuldig schauen ich hab das genau gesehen oder was meinst du jetzt meinst du jetzt Ingame Sound oder was ja den hatte ich auch nicht doch den hatte ich bis gerade eben nicht ja wo ist ein meiner den hab ich jetzt grad wieder angemacht welcher ist ein welcher gehört der mit dem wenig Leben ist deiner das weiß ich ha 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 wer wie kommt das für das der wenig Leben hat ich hab ihn gefüttert hey ich boi ihn mal ein jetzt hab ich ihn geschlagen wir gehen auch nochmal zurück NEIN hör auf ich will ihn einbauen ich seh schon du bist dabei sehr erfolgreich warte 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 ich mach ihn das schönste zuhause das es gibt warte DAS so Moment Questbook so den verlierst du wieder nehmen Claim reward Cool ich hab wieder ein ungültiges item alles gute zum Geburtstag wir machen jetzt einen Healing Stone kann das sein nur ich würd sagen das machen wir aber next Episode oder ja das können wir gerne tun und Leute wenns euch gefallen hat Wenn ihr mehr von dem Projekt sehen wollt, gebt mal ein Like, lasst ein Abo da, Link zu direkt dem Kanal unten in der Beschreibung. Ja genau, bei mir natürlich genauso, sein Kanal ist bei mir in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns in der Nähe. Kann das sein, dass du gerade gelegt hast? Nö, bei mir nicht. Okay, tschüss. Okay, tschüss.